Erste Einkaufsstelle, Anlaufstelle, Einkaufsstelle. Lidl. Lidl immer günstig, immer gut. Gehen wir rein. Überall Protein, 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 überall Protein. Kennst du nicht Selfish gemacht? Hast du es immer Selfish gemacht, Kameramann? Selfish mit so, wie aus einem Film, Actionfilm. Selfish, guck dir es an. Ich nehme mal von unten, weil dann ist es weicher. Das ist genau, wenn es weich ist. Im Gegensatz von Muskulatur. Ein Sandwich muss weich sein. Guck dir, es ist schön weich. Deutsche Strauchtomaten nenne ich hier. Deutsche Strauchtomaten. Wunderschöne Deutsche. Deutsche Strauchtomaten. Guck dir an, die sehen gut aus hier. Jawoll. So, hier noch ein bisschen Männchenbrust hier. Männchenbrust hier. Ganz wenig Fett. Also hier gibt's. Es gibt Mozzarella Light hier. Mozzarella Light, auch nicht schlecht. 8 Gramm Fett. 8 Gramm Fett hat der ganze Spaß. Da gibt's hier Skyrella, aber ein Deal ist, dass man nur weiß ist. Das ist Skyrella. Das hat 2,6 Gramm Fett und 22 Gramm Eiweiß. Der schmeckt zwar wie Gummi, es fühlt sich auch an wie so eine ganz kleine Gummibrust, wie so eine Silikontitte ein bisschen. Aber schmeckt besser als die Silikon. Also wie gesagt, den nehmen wir jetzt für unsere Tomaten Mozzarella. Nur gleich 2 Stück, weil 2 Stück ist eine komplette Mahlzeit. Und dann nehmen wir noch für unser Miraculi, hier solche Dinger. Das ist Miraculi, das ist Masse-Miraculi. Da mach ich das dann mal rein. Das ist egal, aber der ist schon schön geschnitten. 2 Stück hier. Der ist nicht mehr, weil wir in sie zuwaren. Die Geräte der Schüge und die Schüge haben, der 천he Gärten von Mozzarella. Da gibt's die Schüge. Die Schüge ist wichtig. Man solltet ihr durch die Schüge, Man solltet ihr mit der Schüge auf die Schüge, Die Schüge, die Schüge er liberte, Schüge und die Schüge, die Schüge stinks. Das ist schüge, die Schüge und die Schüge vor. So Kameramann, ich glaube ich habe Hunger und du auch bestimmt, oder? Bisschen. Hast du Hunger wirklich? Ja. Dann gehen wir essen, komm. So, Instagrammers. Ich sitze hier immer wieder in meinem Lieblingschinesen. Oder Thailander ist das, ne? Thailander, rum. Thailander rum, glaube ich, ist das. Ja, Thailand steht da. Ja, mit meinem Kameramann Timo. Timo ist wieder dasselbe wie immer. Würde Tobias Hane sagen, hat er letztendlich schon geschrieben. Erstmal Nudeln mit gebackenem Hähnchenfleisch. Ich esse auch eigentlich immer dasselbe. Ne, Peking-Suppe vorweg. Dann einmal ein bisschen gebratenen Reis. Und dann esse ich ein bisschen Saté-Hühnchen. Also hier so eine Saté-Spieße, damit ich ein bisschen Protein noch habe. Ein bisschen Reis und ein bisschen Erdnusssoße. Das macht mich glücklich und das macht massig. Hoffentlich. Penny-Markt, hier. Penny-Markt. Hier, Penny-Markt. Das ist der Penny-Markt. Da kann man gut einkaufen. Penny-Markt, hier. Käse. Poutine-Käse. Und hier. Für die Weiber. Auf den Arsch schauen. Schau mal. Eine Rute. Von Nikolaus. Ehhh, Kukola-Dinger. Schau mal vor, du wolltest doch einen Penis. So. So, es geht. Ingenwählen nehme ich auch mit. Ingenwählen hier, völlig gesund. So, einmal Pizza, Teig und das. Einmal Mülleimer hier. Also der funktioniert schon mal. Kann man machen, kann man kaufen. Was ich einmal ziehe, guck mal hier. Der hält sich auch lange. 25 ist der zweiter, mich gleich dreimal mit hier. Hier ist hart zerstinkender, Fußstinken, wie Käsefußstinkender Käse. Der hat übelste Salz hier, guck mal. Guck mal, wie sieht's hier, die Mehrwerte. Der ist zwar weniger Fett, also 0,5, aber der hat 3,7 Gramm Salz. Der macht richtig Durst. Dann kannst gleich noch eine Flasche Wasser hinterher kaufen. Der hat hier 10 Gramm Fett. Also das Gute hier ist Fett, 10 Gramm, Salz 1,8. So, dann haben wir hier nochmal einen anderen Leitkäse. Der hat 17 Prozent. Also ist auch ein Leitkäse, 17 Prozent Fett. Da ist der, der ist schon am besten dann dafür. Also natürlich kann man jetzt auch den nehmen, aber dann schmeckt jetzt auch wie Fuß sozusagen. Also wie Käsefuß schmeckt. So. Miracoli hier. Kommen wir auf. So. Angekommen in meiner Masseküche hier. In meiner kleinen, aber feinen, kurzbürgerlichen Hausküche. Ich habe hier meinen Haustisch hier. Hier steht schon Wagenrecht. Genau. Dann wir packen mal aus, was wir jetzt eingekauft haben. Ich dachte, Rucula haben wir. Das sind Tomaten. Dann haben wir Sandwiches. Sandwiches. Sandwiches für Sandwiches. Routinenkäse haben wir hier jeweils. Dann haben wir hier Skarella. Das ist dann sozusagen eine Mahlzeit. Dann haben wir noch Mozzarella. die Rakuli. Und das ist dann ein Sattwitches Sitt. Himmchenbrust, Proteinkäse, Diss, Diss, und Proteinkäse. So. Dann haben wir noch eine Pizza. So. So. Fangen wir an gleich hier. So. Hier rein. So. Frau nach hinten ziehen. Äh, ja. Gut. Äh, ja. Wie soll ein Pizzabäcker jetzt ermessen? Na. Na hochschmeißen. Und dann so rein. So. Auf jeden Fall. Hau ich das hier rauf. Und mach das bisschen. Verbreiter das. Das ist so wie mit dem Bodybuilding. Schön verbreitern. Ja. Das sieht aus wie für die Pflege Maus. Für das T-Shirt. Und wir werden das schön hier eine schöne breite Pizza daraus machen. Ja. So. Perfekt. So. Jetzt hier. Soße. Ja. Genau. So. Gut. Aber die Soße. Jetzt kommt das Beste. Jetzt kommt Thunfisch. Den Saft hier abgießen. Ja. Oder austrinken. Manche saufen ihn selbst. So. Dann hier. Wie gesagt. Verteilen schön. 40 Gramm. Also. Beide Dosen zusammen. 80 Gramm Eiweiß. Macht das. So. Jawohl. Dann verteilen wir hier schön. So. Wenn wir zwischendurch schön sauber machen hier alles. Ja. Und Öl schweißen. Jawohl. So. Das ist dann schon mal eine Komponente. Eine Eiweißkomponente haben wir schon mal. Jetzt machen wir hier noch Eiweißkomponente drauf. Ein bisschen. Mein Spaß. Habt euch gedacht. Ne. Wir könnten was anderes so aufmachen. Das kann man da so aufmachen. Gesundes hier. Aus meiner Ecke. Oder? Kann man da aufmachen am besten. Ein Spiegelei. Ein Ananasstücke. Ananasstücke passt nicht. Dann kann man Dienstzug machen nössens. Ja Mensch. Haverflocken kann man da aufmachen so. Haverflocken machen wir das drauf. Hier kommt. Immer ein bisschen Haverflocken drauf da. Damit das auch eine gesunde Pizza wird hier. Jawohl. So. Das sieht gut aus. So. Jetzt kommt der Käse. Davin. Jawohl. Der Proteinkäse. So. Was machen wir denn drauf? Wir müssen verteilen am besten hier so. Immer so ein bisschen hier. Da. Jetzt wird zu viel. Jetzt wird zu viel Eiweiß daher. Eigentlich soll das für eine Person reichen. Oder man kann auch zwei. Jetzt kann man sagen auch bei dem Eiweißgehalt nachher sind es zwei Personen. So sieht das denn aus. Protein Haverflocken Pizza. Jawohl. So. Das war das erste Gericht heute. War jetzt nichts besonderes oder nichts außergewöhnliches. Ich wollte euch mal heute zeigen wie gesagt was ich sonst zu Mama mache. weil ich mal nicht so Bock auf Hähnchen und Reis habe. Reis habe ich hier wie gesagt auch stehen. Reis habe ich hier wie gesagt auch stehen. Kühlschrank Eier. Sonst auch immer der Trilbe alles hier. Bleiben wir mal ein bisschen italienisch. Da machen wir nämlich jetzt. Da machen wir nämlich jetzt. Unser Teiles hier. Für euch Zauber. Wer es noch nicht kennt. Vielleicht gibt es den ein oder anderen. Nehmen wir ein schönes Tellerchen. Scharfes Mäller. Sehr scharf. So. Da schneide ich hier schöne Tomatenstücke. So schön. Hier mache ich den Strunk raus hier. Strunk ist das Ding hier. Das ist der Strunk. Der schmeckt nicht oder den isst man nicht unbedingt. So. Hier auch wieder den Strunk raus. So. Das müsst ihr eigentlich entscheiden. Erstmals. Erstmals. So. Jetzt haben wir hier frischen Bucola. Intensiv und würzig. Den verwenden wir dann. So. Andere waschen den auch ab. Aber ich wasche den ungern ab, weil dann ist er matschig. Also ich bin da mehr so der Fan, dass ich ihn einfach so, wie gesagt, hier beteile dann schön. So. Dann machen wir jetzt mal hier gesundes, veganes Essen. So schaut es dann aus. Ja. So. Die Seite essen wir jetzt hier. Ansonsten jetzt kommen wir gleich. Wir müssen jetzt mal gucken, dass die Pizza uns nicht anbrennt. Ja. Die sind schon fast gelaufen. Oh ja. Ja. Und das ist dann halt gleich fertig. Jetzt machen wir hier den Skyradar. Fertig. Ein paar bestimmte Atem da. Und dann schüttel ich mir den zurecht hier schön. So. Mal so ein bisschen Tomaten mäßig gerecht hier. Ein bisschen schön fekulieren. Was ist denn? Tomaten, Mozzarella, Gewürzsalz. Da ist es. So. Ein bisschen Pfeffer aus der Mühle hier. Kann ich Zitronen, Petersilienöl. Kann ich nur fekulieren. Schmeckt ein bisschen. Gerade mit dem Rucola in Verbindung schmeckt das sehr gut. Habe ich hier zum Spritzen. So. Dann machen wir noch so italienischer Art bisschen Olivenöl dazu. Ja. So. Dann kleckern wir hier schön rüber. Genau. Und dann ist das eine perfekte Mahlzeit. Man kann auch, wenn man ganz gesund will, noch ein bisschen Leinöl drauf geben. Man macht aber den Geschmack zunichte. Schmeckt dann ein bisschen fischig halt. Aber so ist es halt schon trotzdem eine gesunde, gute Mahlzeit. Ich kann euch nochmal die Bärte jetzt vorlesen. Wäre auch eine Low Carb Mahlzeit in der Diät. Wie gesagt, jetzt haben wir jetzt praktisch 2 x 125 Gramm Skarella Käse. Das sind praktisch 250 Gramm. Und das Ganze wäre dann zusammen beim Eiweißgehalt pro 100 Gramm 22,5. Das sind dann 45 bei 200. 250 wären dann 55. 55 Gramm Eiweiß. Ein bisschen mehr oder weniger auf jeden Fall. So. Und Fett hat das Ganze pro 100 Gramm 2,6. Bei 250 sind es dann... Also zwei Packungen hat es dann 6 bis 6,5 Gramm von Fett. Ne. Also es wäre auch eine ideale Low Carb Mahlzeit jetzt. Eine Diät halt. So für welche, die einfach mal so... Jetzt keine Hardcore Diät machen wollen für den Wettkampf. Aber so halt bisschen sich gesund und eiweißreich, kohlendratte arm ernähren wollen. Wäre das der Mahlzeit. Man kann auch jetzt natürlich das Ganze gut essen als Beilage mit Brot. Haben Sie noch schönes Brot. Schönes Vollkornbrot dazu. Oder ein bisschen, wie die Tahina machen würden. Ein bisschen Ciabatta. Ein bisschen hier schön und dann... Auf Bruschetta. Oder Bruschetta kann man auch genau sowas. Auch eine gute Sache. Und dann kann man das zusammen speisen. Also wie gesagt, auf jeden Fall ist es halt eine proteinreiche Mahlzeit halt. Darum geht es jetzt. So, jetzt kommen wir nochmal zur Pizza. Weil die ist fertig. Sonst wäre sie sonst angebrannt. Mein Ofen ist sehr schnell. So sieht es auch schon aus. So. Da haben wir die Pizza. Ja. Alles gut. Kann man machen. Und dann ist sozusagen eine Hälfte... Nur zu sagen, eine Mahlzeit. Wo man gut Eiweiß... Nicht zu viel Eiweiß hat. Wie gesagt, zwei Tonstrufe war schon bei mir zu 80 Gramm Eiweiß. Dann der Käse sind über 100 Gramm Eiweiß jetzt. Nicht? Also. Machst du Haberflocken, Proteinkäse, Tupfischpizza. Ne? So sieht es aus. So. Würde das dann hier... Jetzt wollen wir aussehen. Hier ist angerichtet. Beides. Und man kann auch... Ja. auch die Mozzarella und die Tomate auch auf die Pizza klatschen. Wäre auch noch was. Würde auch geben. Wäre auch eine Variante. Kann man auch machen. Ne? So schaut es aus. Das war jetzt hier der erste Teil vom Kochen. Und der zweite Teil wird jetzt gleich nochmal... Wenn euch das gefallen hat. Oder ihr was, wie gesagt, auch mitnehmen konntet. Für euch eine Mahlzeit oder eine Variante. Mal anders. Wunderschön zu essen. Bodybring gerecht. Fitness gerecht. Ne? Wie heißt das so? Food Lover mäßig gerecht. Weil ihr... Und wenn ihr Food Lover seid, dann wäre es vielleicht für euch was. So. Und nächste Mahlzeit wird dann sein... Ein schönes Protein Sandwich und... Miracoli. Masse Miracoli. So sieht es aus. Yes. Bis zum nächsten Video.